Oh, eine fallende Steinfalle, geistreich. Oh, das ist eine antike Musikfalle. Zum Glück weiß ich, welche Melodie wir spielen müssen. Ach, das macht so viel Spaß. Ähm, ist das gut? Oh, oh, ich glaube, wir müssen sofort los. Sprocket, du musst lokalisieren, wo die Aufnahmen gemacht wurden. Schon dabei. Wow, der Eingang wird von drei massiven Granitplatten versperrt. Da kommen wir nicht rein. Wir müssen einen anderen Weg finden. Hey, haben diese uralten Ruinen nicht immer geheimt, Türen? Hey, was sollen wir dazu sagen? Hab eine gefunden. Wir sollten bitte versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Das ist Letizia. Aber ich kann nicht orten, wo sie ist. Wir müssen am Ende des Tunnels nach rechts. Äh, vielleicht sollte ich uns leiten. Als Dachs habe ich natürlich die größte Erfahrung im Untergrund. Aber wir sind im Dschungelkönigreich und ich habe die größte Erfahrung im Osten. Ich leite das Team. Leute, wir dürfen keine Zeit mit Streitereien verschwenden. Sie brauchen sofort unsere Hilfe. Leute, turnen wir schneller. Leute, turnen wir schneller. Fallgrube vor uns. Gib Gas und springt! Puh, das war knapp. Boah, Metallsperre. Aber die machen unseren Racern nichts aus. Ja, aber das könnte ein Problem sein. Es ist eine Sackgasse und die Wände schieben sich zusammen. Wir müssen da irgendwie durch. Ich suche nach Schwachpunkten in der Wand. Nein, Delilah, du musst nach der dünnsten Stelle der Wand suchen. Nein, nach Schwachpunkten. Ich hab's. Ich bohre durch. Das war aber echt ganz schön bedrohlich. Die Kingdom Force. Wir sind so froh, dass ihr hier seid. Wir freuen uns auch, dich zu sehen, Letizia. Und Willow und Professor Dunbit. Wir sind sehr froh, euch alle zu sehen. Willkommen im Herzstück der Ruine. Wow. Wahnsinn, das ist alles so groß hier. Ist das nicht beeindruckend? Das ist also die Hauptkammer. Echt unglaublich. Jetzt wissen wir auch, warum es so viele ausgezeichnete Sicherheitsmechanismen gab. Der sollte geschützt werden. Er ist eine uralte Energiequelle. Man kann die Kraft schon von weitem spüren. Dieser Kristall könnte der größte archäologische Fund aller Zeiten sein. Und wir machen daraus die größte Story aller Zeiten. Falls wir hier wieder rauskommen sollten. Leute, seht euch mal diese alten Bilder hier an. Hm, dieser Kristall dort in der Mitte sieht genauso aus wie der, der hier steht. Und das Monster dort sieht aus wie das. Da steht, Energie ist nur für die, die ihrer würdig sind. Nein, da steht, nur die, die würdig sind, kriegen Energie. Energie ist nur für die, die ihrer würdig sind. Nur die, die würdig sind, kriegen Energie. Ihr sagt doch beide das gleiche. Aber ihr hört euch einfach überhaupt nicht zu. Und das ist nur für die, die würdig sind.